Die Firmen ABC Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Die Blitzpioniere bieten einen Hochdruckreinigungsservice für eine Vielzahl von Oberflächen im Innen- und Außenbereich und rücken dem Schmutz effektiv zu Leibe. Mithilfe von leistungsstarken Hochdruckreinigern sorgen die Fachmänner Marcel Ruthmann und Nick Wohlkopf für langanhaltende Sauberkeit. Gearbeitet wird exklusiv mit erstklassigen Kärchergeräten. Schließlich möchten die Jungunternehmer nicht nur die bearbeiteten Flächen, sondern auch ihre Kunden mit einem blitzblanken Ergebnis zum Strahlen bringen. Die Leistungen des Betriebs gehen aber über die Hochdruckreinigung hinaus. Unkrautentfernung, Fugenauffüllung und Versiegelung gehören ebenso dazu. Dabei wird stets auf umweltfreundliche Methoden geachtet. Das begeistert auch die Partnerhandwerker-Redaktion. Daher gibt's eine klare Empfehlung. Blitzpioniere GbR in Graben-Neudorf. Professionelle Reinigung mit Hochdruck und Hingabe.